Herzlich Willkommen in der Nähbar, dem Mitgliederbereich von Finas Ideen. Und das erwartet dich im Juni. Das Schnittmuster des Monats ist Paula, ein richtig cooles Blusenshirt mit Quetschfalte. Und Paula gibt es in den Größen 34 bis 54 und du kannst sie aus ganz verschiedener Webwaren nähen. Paula ist nicht nur ein richtig cooles Uni Basic Shirt, sondern ich zeige dir in der Nähbar natürlich auch zwei andere Varianten. Wie du Paula variieren kannst. Als Mitglied der Nähbar erhältst du aber nicht nur meine Schnittmuster, sondern auch ausführliche Nähanleitungsvideos zu meinen Schnitten und kostenlose Schnitterweiterungen. Du hast eine professionelle Nähsprechstunde und eine Bibliothek von Videos und Beiträgen mit Tipps und Tricks rund ums Nähen, auf die du zurückgreifen kannst. Mein Stoffpartner im Juni ist die liebe Silke von der Tellerbox und wir haben zusammen richtig coole Stoffe rausgesucht, die natürlich perfekt für Paula sind, aber auch super für deine anderen Nähprojekte. Und sie hat ganz besondere Pakete gepackt. Ein weiteres Highlight im Juni ist der YouTube Live Solo zu meinem Schnittmuster Ankerliebe. Den mache ich zusammen mit der lieben Anna von Einfach Nähen und für alle Mitglieder der Nähbar ist das Schnittmuster natürlich kostenfrei. Alle Infos zur Nähbar verlinke ich dir noch einmal in der Infobox und ansonsten freue ich mich auf dich. Tschüss!